WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen geholfen. Ich habe das Gefühl, das YouTube zu sehen. Das YouTube zu sehen? Es gibt eine Diskussion zwischen den Christianisten und den Christianisten. Ich habe das Gefühl, dass ich das Miracle des Papas-Montagio gesehen habe. Ich wusste nicht, dass hier ein Pastor ist. Das ist ein Pastor. Ich wusste nicht, dass in Europa auch Jesus Christ ist. Wir sind hier. 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 Und dann, du hast du gesehen. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe gesagt, dass ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, dass ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, dass meine Mutter gesagt hat. Ich habe, dass es in Deutschland ist. Ich habe gesagt, dass ich die Familie hierher erinnere. Ich habe gesagt, dass sie die Familie gehört. Ich habe gesagt, dass sie die Familie hören können. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich sehe ihn in Wakaduco. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich sehe einen Sprügel im Manubar aufschliegen habe. Ich sehe ein Haus mit meiner Küche an der Straße. Das ist dort, wo du dich befindest. Jetzt öffne deine Augen. Ich sehe zwei Straßen. Zwei kleine Straßen. Es ist eine, die kommt von da. Und die andere kommt von rechts. Und dann werden die zusammengeführt. Und irgendwo da gibt es so ein kleines Haus. Es ist ein kleines Haus. Sagt es dir etwas? Ich glaube, das ist unser Dorf. Das ist unser Dorf. Das ist dein Dorf. Sie haben die Stadt geblendet. Hast du in das Dorf gelebt? Ja. Das ist unser Dorf. Komm schon! Du musst aus diesem Dorf rauskommen. Von der Islas ist schon alles. Du trägst immer, dass du da bist. 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 Seuf dich mit auf den Geht da. Du musst dich friede? Den kommst kurz wieder heute rüber. Seuf dich mit euch. Friarte in Jesus. Friarte in Jesus. Im Namen Jesu. Schauen! Ich sehe eine Lehmung in deiner rechten Seite. Aber es ist nicht für jetzt. Aber du hast manchmal Schmerzen in deiner rechten Seite. Es ist da. Soll ich dich, dass du dich paralysieren kannst. Seitdem ist es dich zu lehnen. Nimm nur Rechenien, dass du dich paralysieren kannst. In der Reihe ist das. Aber du musst dich haben. Ich habe dir das erklärt, damit ich dir die Hoffnung geben. Ich brauche dir das. Ich brauche dir das. Der ist der Schmerz. Der ist der Schmerz. Der ist der Schmerz. Der ist der Schmerz. Das ist der Schmerz. Schau, das ist der Prisant! Ist das ein Teil davon? Komm her raus aus diesem Gefängnis! Ich will nicht. Du bist gleich gleich für den Jungen. Ich will nicht. Ich will nicht irgendwas, du kannst dich schlafera. Statt mich an, ich will nicht! Das ist ein Teil von dir! Das ist ein Teil von mir! Das ist es, es ist es, schlaf. Herr, danke! Vielen Dank für's Zuschauen.